Das Regierungspräsidium Tübingen begrüßt Sie ganz herzlich am Südknoten des Bauprojekts Ortsumgehung Reutlingen B312. Hier im Bereich vor dem Südportal des Scheibengipfeltunnels schließt die Ortsumgehung mit einer links liegenden Trompete an die bestehende B312 an. Der Südknoten besteht aus insgesamt fünf Bauwerken. Dem Brückenbauwerk des Alfred-Schradin-Wegs über die neue B312, der Grundwasserwanne und dem zugehörigen Pumpwerk, ebenso wie dem Brückenbauwerk B312 und der Fuß- und Radwegunterführung. Um ein freies Baufeld am Südknoten zu erhalten, musste der bestehende Alfred-Schradin-Weg in Richtung des Südportals verschoben werden. Weiter musste ein Brückenbauwerk gebaut werden, um den Verkehr aus und in Richtung des Tunnels kreuzungsfrei unter dem Alfred-Schradin-Weg unterführen zu können. Die Brücke besteht aus zwei Feldern mit einer Spannweite von je ca. 21 Metern und einer Gesamtbreite von ca. 11 Metern. Der Alfred-Schradin-Weg wurde wieder an die bestehenden Straßen angeschlossen. Mit dem Bau der Brücke B312, der Grundwasserwanne und des Pumpwerks wurde im Oktober 2012 begonnen. Dafür musste im ersten Schritt eine provisorische Umfahrung gebaut werden. Diese war notwendig, da der Verkehr auf der B312 während des Baus der Brücke aufrechterhalten werden musste. Die Umfahrung wurde erst durch die zuvor erfolgte Verlegung des Alfred-Schradin-Wegs möglich. Sie wurde zweibahnig mit jeweils zwei Fahrspuren je Richtung ausgeführt und nach Fertigstellung der Brücke und anschließender Verlegung des Verkehrs wieder zurückgebaut. Im Schutze der Umfahrung konnte mit den Arbeiten der Bauwerke begonnen werden. Im ersten Schritt mussten Austausch- und Auflockerungsbohrungen durchgeführt werden, um den nachfolgenden Verbau in den Fels einbringen zu können. Um Platz und Aushub zu sparen, sowie die Baugrube vor Grundwasser zu schützen, erfolgte der Baugrubenverbau mit Spundwänden. Die bis zu 17 Meter hohen Spundbohlen wurden in den aufgelockerten Boden einvibriert. Nachfolgend wurde der Boden innerhalb des Verbaus lagenweise ausgehoben und die Spundbohlen mit bis zu vier Ankerreihen gesichert. Die Umfahrung verlief stellenweise nur wenige Meter an den Bauarbeiten vorbei. Im nächsten Schritt wurde mit dem Bau des Pumpwerks begonnen. Es besteht aus einem Betriebsgebäude mit Erdgeschoss und zwei Untergeschossen, die ca. 10 Meter in das Erdreich einbinden. Vorgelagert befindet sich der wasserdichte Pumpensumpf. An diesen sind zwei Regenrückhaltebecken aus Stahlbetonrohren mit einem Durchmesser von jeweils zwei Metern angeschlossen. Das Pumpensumpfvolumen inklusive der Regenrückhaltebecken beträgt insgesamt 115 Kubikmeter und dient als Pufferspeicher im Falle eines Starkregenereignisses. Im Pumpwerk wurden insgesamt fünf Pumpen installiert, davon drei Pumpen mit einer maximalen Fördermenge von je 90 Litern pro Sekunde und zwei Pumpen mit einer maximalen Fördermenge von 15 Litern pro Sekunde. In Summe können somit in einer Sekunde 300 Liter Wasser gepumpt werden. Dies entspricht ungefähr zwei vollen Badewannen pro Sekunde. Etwas zeitlich versetzt zum Pumpwerk wurde mit den Arbeiten an der Grundwasserwanne begonnen. Durch die Unterführung der alten B312 liegt die B312 neu im Bereich des Grundwassers. Aus diesem Grund wird eine wasserdichte Grundwasserwanne benötigt. Bei dieser handelt es sich um eine Art Stahlbetontrog, der dazu dient, die Straßenkonstruktion vor dem anstehenden Grundwasser zu schützen. Daneben wird das bereits beschriebene Pumpwerk zum Abführen des anfallenden Wassers benötigt. Die Grundwasserwanne hat eine Gesamtlänge von 160 Metern und ist in zwölf Blöcke unterteilt. Des Weiteren wurde sie in zwei Bauabschnitten hergestellt. Im ersten Bauabschnitt erfolgte der Bau der Blöcke 1 bis 4 im Bereich der Brücke B312. Die Regelblocklänge der Grundwasserwanne beträgt 10 Meter. Die Ausnahme bildet hier der Block 2 unter der Brücke B312 mit knapp 49 Metern Länge. Diese Durchgängigkeit war notwendig, da hier die Stützen des Brückenbauwerks B312 gründen. Mit dem zweiten Bauabschnitt der Grundwasserwanne, welcher aus den Blöcken 4 bis 12 in Richtung des Tunnels besteht, konnte erst begonnen werden, nachdem der Verkehr auf die fertiggestellte Brücke B312 umgelegt und die provisorische Umfahrung zurückgebaut worden war. Hier musste vor dem Bau ein Bodenaustausch vorgenommen werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds zu erreichen. Die Grundwasserwanne weist Breiten zwischen den Innenkanten der Trogwände von 10,50 m bis 14,50 m auf. Die Bodenplatte ist 80 cm stark. Die Trogwände haben eine Höhe zwischen 0,8 und 3 m. Das Brückenbauwerk B312 ist als dreifeldriges Rahmenbauwerk mit eingespannten Stützen ausgeführt worden. Die Stützen sind auf den unter der Brücke verlaufenden Trogwänden der Grundwasserwanne biegesteif eingespannt. Zwölf Gründungspfeiler unter der Grundwasserwanne binden bis zu 3 m in den Untergrund ein und tragen die Lasten in den tragfähigen Fels ab. Die Gründung der Widerlager erfolgte auf einem bis zu 2 m starken Bodenaustausch. Die Stützweiten der Felder betragen 8 m, 14 m und 10 m. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 34 m und eine Gesamtbreite von 28 m. Das Brückenbauwerk besteht aus 2 Einzelbauwerken mit 2 bzw. 3 Fahrstreifen. Nachdem noch die Fahrbahn hergestellt und anschließend die Brückenausstattung wie Geländer und Schutzplanken angebracht waren, konnte die Brücke im Juli 2014 für den Verkehr freigegeben werden und ermöglichte so den Bau des zweiten Bauabschnitts der Grundwasserwanne. Das Bauwerk im Bereich der Rampe, die die Fahrbeziehung vom Tunnel in Richtung Reutlingen herstellt, wurde zuletzt gebaut. Diese Brücke dient als Unterführung der B312 neu für den Geh- und Radweg, welcher von Pfullingen kommend unter dem Brückenbauwerk die B312 quert und in Richtung Reutlingen weiterführt. Das Bauwerk gründet auf 8 Bohrpfählen, 4 je Widerlager. Die Pfähle wurden verrohrt gebohrt, danach wurde ein fertiger Bewährungskorb eingesetzt und anschließend mit Beton verfüllt. Die Bohrpfähle sind bis zu 8 m lang und binden in den Fels ein. Diese Art der Gründung war aufgrund der vorherrschenden Bodenverhältnisse notwendig. Anschließend wurden die Fundamente über den Pfählen hergestellt. Auf diesen wurden nachfolgend die Widerlager der Brücke gebaut. Der Überbau der Brücke wurde im September 2015 geschalt, bewährt und betoniert. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und würden uns freuen, Sie bei der Verkehrsfreigabe im Spätsommer 2017 wiederzusehen. Vielen Dank! Vielen Dank.